Musik Ja hallo Leute, Weihnachten und Silvester werden ja jetzt vollkommen überstanden und jetzt kann es wieder mit den normalen Uploads der Videos vorangehen. Es war ja ein bisschen hektisch in letzter Zeit, aber jetzt ist wieder alles geordnet hier. Scharai-e-Pouf kommt vom Planeten Quermia, der das Ende der perlemianischen Handelsstraße darstellt, auf der ein reger und friedlicher geschäftlicher Austausch und Handel stattfand. Pouf überragt mit seinen 2,64 Meter um 24 Zentimeter die quermianische Durchschnittsgröße und die Lebenserwartung ist etwas höher als die in Deutschland, nämlich 86 Jahre plus. Er riecht mit den Händen, weil er keine Nase besitzt und außerdem enthält der Brustkorb, ein zweites unteres Gehirn. Viele halten die Quermianer für Telepaten, weil sie sich sehr gut in andere Menschen einfühlen können und somit als gute Diplomaten fungieren konnten. Scharai-e besaust die zwei einschüchternden Fähigkeiten, Geisterillusionen zu beschwören und durch Gedankenmanipulation die Kontrahenten mit ihren eigenen großen Ängsten zu konfrontieren, was mich so ziemlich an Scarecrow aus Batman Begins erinnert. Pouf hatte einen Padawan namens Roron Korob. Er kam vom Planeten Itor und bildete auch vor den Klonkriegen viele Padawane aus. Der Anodat-General Ashar Korda wollte mit dem Kind von Schar ein antikes Machtartefakt Khorasan zerstören. Gemeinsam konnten jedoch Jarei mit Jango Fett und Zambizel Ashar und die Verbrecher im Reaktorkern vernichten. Die Verbrecher konnten dennoch vor ihrem Tod das Artefakt aktivieren und Scharai-e opferte sich für den Planeten, in dem die Explosion mit der Macht verhinderte. Dieser Sterbedatum lag bei 27 vor Schlag Jarwin. Pouf wurde in Episode 2 von Namedi Coleman Trebo ersetzt, weil er sonst zum Verwechseln ähnlich einem Kaminoaner aussehe und seine Animation relativ aufwendig ist. Bis jetzt habe ich ja nur Bilder gezeigt, auf denen er mit zwei Armen abgebildet ist, doch unter seiner Kuppe besitzt er noch ein weiteres Paar, die aber nicht häufig gebraucht werden. Am Donnerstag stelle ich dann noch die Star Wars Version von Clash of Clans vor und dann bis zum nächsten Mal.